Herzlich Willkommen zum großen Finale von Super Mario Bros. 1 The Chaos Islands. Hier ist Sven und wir sind bei Castle Cooper. Mann, jetzt geht's los. Alright, let's do this. Und was erwartet mich? Erstmal nur ein paar Statuen, die Feuer spucken. Gut, damit werde ich fertig. Ich hab nur noch ein Herzchen übrig, aber egal. Seht mal! Ein Bild von Bowser im Hintergrund. Wie niedlich. Oh, links oder rechts? Hätte besser rechts gehen sollen. Egal. Sales Date. Nein, ich will nichts am Malm. Quetschen. Bam. Nicht schon wieder, ihr... Oh, ich hasse euch so. Oh, wie geil war das denn beide auf einmal. Ey, das müsst ihr euch nachher noch mal, äh, hundertmal reinziehen, wie geil ich das gemacht habe. Oh Mann, was für denn diese ganzen Hammer Brothers hier? Weg damit! Ihr nervt mich! Oh, ausweichen. Jawohl. Wo, hallo? Okay, dich haben wir getötet. Und ich auch. Äh. Hab ich jetzt hier... Ah, perfekt. Ein Coinblock. Ich dachte schon gerade, ich komm da nicht hoch. Das wär furchtbar gewesen. Hätte ich alles normal machen müssen. Bisher ist es noch nicht so schwierig. Hab ich mir etwa zu sehr in die Hose gemacht? Wow! Das wär jetzt gemein. Ist anders hier so ein... Scheiß, ein Notblock, ey. Kann ich da irgendwie... Rüber ohne Schaden zu nehmen? So nicht. So. Nein! Fuck. Rewind. 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 Okay. Wow. Wow, wow. So. Genau. Wow, Mann! Und wenn ich hier meine Sales-Sets mache, kommt das, ey... Dabei muss ich hier gerade hochkonzentriert sein, damit ich... ...hier keine Fehler mehr mache und das schaffe. Bleib da hinten stehen, Ghost. Ich will dich hier nicht hinter meinem Rücken haben. Hä? Überall unsichtbare Coinblocks? Hä, wie komm ich denn jetzt hier hoch? Hier. Geht's weiter. Okay, das... Damit kann ich leben. Schön. Nicht schön. Haha. Was ist das denn? Hä? What the fuck? Äh... Ja. Wie geil ist das denn bitte schön? Habt ihr das doch schon mal gesehen? Lol. Das ist ja mal... Das ist perfekt. Das ist einfach nur episch, ey. Mario mit so einem Schuh, ey. Unverwundbar. Geil. Kann ich hier nicht anbehalten? Das wäre wohl zu schön gewesen, den... ...behalten zu können, was? Gut. Jetzt wieder Sales State. Hey, ich kann ihn doch gar nicht töten, ey. Ups. Salalala. Nein, ich darf hier keine Spinjumps drauf machen. Ich muss den Reflex unterdrücken, einen Spinjump zu machen. Nerv mich nicht. Ich will diese Burg schaffen. Oh mein Gott, jetzt kommen wieder die Statuen wie zu Anfang. Nählen wir uns jetzt dem Finale. Oh Mann. Nicht sterben. Da ist nix drin. Da sind nur Coins, glaube ich. Egal. Pilze sind hier immer gerne gesehen. Gut, Geduld. Okay, wie groß ist diese Burg noch, ey. Kein Bock mehr. Sales State. Wow. Im Grunde habe ich es so gerade geschafft, was? Ah, Mann. Ey. Nervt. Mich. Nicht. Scheiß Feuer, Mann. Überall Feuer. Dabei ist das hier so ein... ...Drahtsaal-Akt. Möchte man fast sagen, ne? Ist da was drin? Nur ein One-Up. Okay. Safe States. Immer schon an die Safe States denken. Weißt du, da wurde ich noch nicht allzu gefordert. Ich warte noch auf die große Herausforderung. Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Ich komme nämlich nicht mehr ran. Ah, kacke. Kacke. Mann, ey. So. Ha. Mit meinem Feuerball, da bin ich gerade ziemlich gut ausgewichen, was? Wie ihr meint? Safe State. Ich versuche das zu sehr zu rushen. Das kann nicht gut gehen. Oder doch? Okay, da kommt so ein Brett. Da muss ich ja nur ein bisschen warten. Hä? So, wird das gemacht, ey. Wer braucht schon so ein scheiß Brett? Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid hässlich. Ich hätte hier an dieser Stelle besser rewinden sollen. Gut, ich nehme den Hit. Wow. Das kam... Kommt aus dem Nichts, ey. Schon wieder einer. Noch einer. Ist das das Ende? Was ist denn hier noch? Schwums! Die nehme ich gerne mit. Aber ich will dafür keinen Hit nehmen hier vor. So. Noch einer. Dankeschön. Nett. Sehr nett. So. Bowser? Ist das Bowser? Zeig dich. Es ist Bowser. Oh mein Gott. Gibt alles, was du drauf hast, Mario. Das ist der End... Fight. Ups. Die kann man ja gar nicht mit dem Cape... Äh. Die kann man ja gar nicht mit dem Cape... Wie heißt das? Wegschleudern. Nein. Jawohl, erwischt. Ja, ich bin nicht sehr Bowser erfahren, also... Ähm... Ich bin da total Noob-like. Lacht mich bitte nicht aus. Fuck, ey. So wie es aussieht, werde ich hier mit dem Bossfight noch mal das Video schneiden müssen, ey. Teilen müssen. Nur weil... Bowser so langsam ist, ey. Prinzessin! Was ist denn mit dir passiert? Du hast gesehen, dieser total... Äh... Ja. Gut. Sucht euch selber ein Adjektiv dafür. Hä? Okay. Komm, Bowser. Schmeiß deine Spießgesellen. Mecca-Koopers heißen die, glaube ich. Ups. Das hat gefällt. Nein, du sollst ihn nach oben werfen, Mario. Nein, nicht kaputt machen. Schön. Ähm. Fuck. Gut. Okay, Leute. An dieser Stelle muss ich aufhören. Wir besiegen Bowser dann im nächsten Video. Also bis dann. Euer Sven.